Hallo und willkommen zu, äh, fuck, keine Ahnung, nächste Folge von Kingdom Hearts 2. Zektor 70, hallo. Zektor 76. Letzte Folge haben wir den, äh, den, den Cup geholt und haben hier ein paar Leute getötet und jetzt gehen wir mal weiter und schauen, was hier abgeht. Wir haben jetzt noch ein bisschen was vor uns. Ich sehe gerade, dass ich schon wieder auf drei Projekten unten bin. Ja, weil ich eins dazugeschrieben habe. Ja, ich habe auch gerade eins wieder entfernt. Ah, nein. Oh, Arnstein ist ein bisschen cool. Können wir mal drüber reden, dass die fucking Organisation es schafft, uns über hunderte von Disney-Welten einfach zu verfolgen, aber nicht checkt, dass hier jemand im Dorf in ihrem Schloss ist und einen fetten Strahl auf ihren Gott schießt. Ja, wenn er was übers Herzen, äh, wissen will, da bin ich sein Mann. Was passiert da eigentlich? Ist das so, was ist das so, wie heißt das? Das ist Rick and Morty. Eine Autobatterie. Lass, lass mich dir was sagen, mein Freund, wenn dein Herz so aussieht wie das im Himmel, bist du tot. Die Diskussion hatten wir schon. Multiversus, ne, nicht Multiversus. Miniversum-Batterie oder so hieß die. Ah, ja. Ja, das ist doch erst so unten. Ich glaube, wir haben gerade so was Wichtiges verpasst. Ja. Junge. Wie emotionslos er das sagte. Run, my friend. Run, my friend. Oh. Oh. Soll ich mir nicht gehen, wenn das gleich explodiert? Soll ich etwas nicht passieren kann, ohne dich zu tun. Du bist die Grund der ganze Schwierigkeiten. Es ist deine Forschung, die mich an, um weiter zu gehen, als du nie möchtest. I admit, my disregard brought chaos to more worlds than one. But what were you seeking? You erased me from the world, only to take my name and continue to search better than us. Yes, you can't save me anymore. All that and more. I'm carrying on what you yourself began. I'm creating a brand new world, one heart at a time. I thought you'd praise me, but all you ever do is hold me back. I understand though, unlike me, you have a heart, and you're powerless to control it. Consumed by the jealousy you feel for the student who surpassed you. Zeyanod, foolish apprentice of a foolish apprentice. Then we're back to Star Wars. You've surpassed nothing. Only prove how little we both know. We can't see an heart, the... ...niemand from Ansem's side with the name not passt. Irgendwas is doch hier faul. ...Ignorant... ...as oblivious as when we began. ...I'm afraid... ...any world you try to create... ...any world of yours would be an empire of ignorance. That is why you and your creation are destined to fall. We've said enough. Rico, you know what to do. King Mickey, my friend. Forgive me. Farewell. ...I know what to do. We've seen our Ansem. Why are you running here? ...I know what to do. And then... ...I know what to do. Pff... ...I know what to do... ...I know what to do. I know what to do. Say goodbye to the stream. ...I know who I'm really looking for... ... süß... ...oh-so-so-so-so-so... Herzen Oh Gott Herzen wegen niemanden Oh Gott, natürlich kommen Herzlöse dann, wenn Herzen Wenn es die Kosten nur in Herzen gibt, da sind die gleich da Da sind bloß Praktikanten das Video Siehst du wie die steppen? So dumm, what the fuck Miserable bei solchen Szenen eigentlich immer alle gleichzeitig wieder wach Das ist eine gute Frage Jetzt sind die Augenbinde wieder Oh Riku 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 Are you going to take that off? Oh Lange Riku Was geht hier ab? Riku Come on man Why did you try to do so much on your own? You got friends, like us Ihr kennt Donald und Goofy nicht mal Ja, hä? Zwei davon waren bis vor 10 Minuten nicht mal da Und Sorry Komm auf sein Grits ist immer noch nicht klar Er ist aber nicht mehr so schlimm Ich freue mich schon auf King of Us 3 Oh, Riku funktioniert, dass wir die Herzen alle aus dem Herz rausgeschlagen haben, wenn sie jetzt wieder aufsaugt. Natürlich hatte er das unter dem Mantel an. Ich weiß nicht, was die für eine Obsession mit Reißverschlüssen haben. Ich find's ja geil, dass ich an meiner neuen Kleidung bei meiner Hose einfach dieselben fetten Reißverschlüssen dran habe, die so unnötiges Design sind. Ihr dummen Ficker! Ich weiß nicht, was nachschauen gehen, aber das machen wir dann später. So, und weiter, Jungs! Nein! Ich hasse diese scheiß Tänze immer noch. Komm auf die nicht klar. Ach, warte, weißt du was? Fuck it, ich werd jetzt nachschauen, ob das schon geht. Nicht, dass wir hier was verpassen. Ah, well, fuck it! Nein! Hä?! Ich weiß es nicht! Hä?! Hi, Jungs! Wir sind wieder zurück! Wieso hat man ja nicht die Möglichkeit, Kairi mit ins Team zu nehmen? Ähm, egal. Während ich trainiert habe, habe ich nämlich noch zwei Sachen gefunden. Und da wollte ich noch nachschauen, was das ist. Äh, eine war hier. Und zwar... Guck ich jetzt mal am besten hin, hier. Ja, wir müssen diese scheiß Höhle auch noch machen. Irgendwann, wenn wir es schaffen, wenn wir durchkommen. Ich mag das Skateboard. Bester Praktikant, die schlechteren Praktikanten ignoriert. Ach, für dich! Alle wollen sie dich treffen und du fährst dann nie vorbei. Alle wollen sie mich treffen. Den Huren so nimm. Den will ich jetzt endlich mal tryen. Nein! Okay, fuck it. Das war gar nichts. Gehen wir weiter. Ah, das war jetzt schwach. Damit sich der Weg auch ein bisschen lohnt hier für uns. Kann den Jungs... Danke. Wir sind wirklich gar nicht mehr so weit weg von dem Level. Sprechen wir hier kurz... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher bin, was das noch uns wartet. So, ja, warte mal. Die D-Kollegen, da bin ich da... Das wusste ich noch. Da vorne. So. 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 abgenommen. Sie sind ein Teil von ihm. Wie will der denn, wie will der die, diesen Matlock wieder ausziehen, wenn der auf der einen Seite einfach im Flügel ist? What? What the fuck? Was? Was? Warte mal, warte mal, was ist da grad passiert? Hi, Junge. Es hieß, glaub ich, Y drücken, oder was? 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 Ja, der hat ein bisschen viel Leben. Jo, okay, okay. Nee, 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 dafür sind wir nicht bereit. Der ist, glaub ich, ein bisschen über uns am Level. Ein bisschen. Ist das noch einer? Nein. Ein bisschen ist er, glaub ich, noch stärker als wir. Aber ich habe noch was zweites entdeckt, was ich mir noch anschauen will. Aber heißt auch, hier müssen wir später noch mal hin. Ich muss noch mal durchlesen, ob wir hier noch mal hin, oder wie wir hier noch mal hinkommen. Und ob wir ihn wirklich besiegen müssen dafür. Nämlich haben wir, habe ich hier oben auch noch mal was entdeckt. Und da muss ich auch noch mal... Ah, fuckerl, es gibt noch so viel. Wir haben noch das eine oder andere vor uns. Ähm, wir müssen zum Bahnhof. Das ist richtig. Ich glaub, der Bahnhof war da oben. Komm, Bahnhofsplatz, ja. Da vorne steigt nämlich, äh, geistert nämlich auch jemand rum. Keine Ahnung, wer du bist. Oh! Ah! Das ist der Winzone vom Struggle-Turnier. Okay. Dann gibt's hier doch nichts mehr. Den haben wir damals fährig gemacht beim Struggle-Turnier. Das war noch Zeit, ne? In der weltbekannten Folge niemand struggelt so wie wir. Na gut. Okay. Dann können wir doch wieder weitergehen. Warte mal nachschauen. Aber anscheinend kommen die Sachen erst später. Fucking Seafirut. Irgendwann. Dann wandern wir wohl mal weiter den Turm nach oben. So, sterbt. 1490 EP nur noch. Ich bin nicht so weit oben. Kann man mal ein bisschen Angriffskraft dazukriegen, ne? Au. Au. Wo läufst du hin, Junge? Ja, du wirst der Zweiter hin. Ach, der ist schon tot. Okay, gehen wir weiter. Nein, lass mich durch. Sein Schwert wollte mich nicht gehen lassen. Galerie der Schöpfung. Wie ist das? Galerie der Schöpfung und Zerstörung. Ah, okay. Wie hochstehen die Wahrscheinlichkeiten, dass wir hier einfach einmal runterfallen und sterben? Was machst du da hinten? Ja. Ja, ja, ja. Das Alten brauche ich. Duktiltropfen. Das ist der Stoff, den ich brauche. Für meine Drogens. Die Gegner, die machen uns trotzdem ein bisschen Probleme. Obwohl wir Level 66 sind. 66 sind wir mittlerweile schon. Das ist mal ein Level. Oh, das hier sieht nach Ende aus. Aber da werden wir erst in die nächste Folge reingehen. Lass doch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Morgen 14 Uhr geht es weiter und tschüss. Schaut beim nächsten Mal. Schaut beim nächsten Mal. Schaut beim nächsten Mal. Ja.